Wo sind wir denn hier gelandet? Hm, weißt du auch nicht, solche schöne Turm gibt es in Biberach auf jeden Fall nicht. Das stimmt, komm lass uns weiter fliegen in den Hafen. Jetzt machen wir aber das Radio an. Nein, Nebel zieht ein ins Schussenthal, manche müssen ihn machen und weil die Welt so blass aussieht, bauten wir diesen krassen Beat, der euch auf die Terrassen zieht, dass der Shit, der dich mitweist, in den Wasser schiebt. Hä? Was soll denn das sein? Unbekanntes Flugobjekt. Das sieht eher aus wie ein fliegendes Zäpfchen. Schnell lass uns verschwinden. Nix, sie weg von hier. Das spinnet wohl, die Häfe.